Steil heute aus dem Mösle-Stadion in Freiburg und mit einem, der hier seine Karriere gestartet hat. Mit Nikolas Höfler und er hat seine Frau mitgebracht, Caro Kroborg-Höfler. Die beiden engagieren sich in einer Kampagne gegen sexuelle Gewalt. Die meisten Fälle, weit über 50 Prozent, passieren eben nicht vom bösen, unbekannten Mann, sondern in der eigenen Familie. Und wir wollen über noch viele weitere interessante Dinge sprechen mit den beiden. Chico ist bevorzugt, nicht Nikolas. Warum? Wo kommt der Name her? Ja, von klein auf hat meine Mutter und meine Tante mir den Spitznamen gegeben, weil ich die früher so ein bisschen geärgert habe. Wollen sie mich ärgern mit Chico-Lass und daraus ist Chico hängen geblieben. Okay, damals in Herdwangen, wo du herkommst. Hier hat alles begonnen. Fußballschule, Freiburger Fußballschule, den Grundstein gelegt für eine riesige Bundesliga-Karriere. Wie steinig ist der Weg? Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, dass ich die Widerstände bewunden habe und dass ich jetzt Bundesliga spielen darf. Jens, du merkst schon wieder, ich bin wahnsinnig schlecht erzogen. Ja. Die Dame zuerst und so weiter. Bitte. Hier hat alles begonnen, nehme ich gleich mal auf. Hat ja auch für euch eigentlich. Also ihr habt euch rund um das Mösle-Stadion kennengelernt und schätzen gelernt und lieben gelernt. Wie ist das passiert? Also ich habe nach meiner Diplomarbeit, beziehungsweise meine Diplomarbeit hier in der Fußballschule geschrieben und habe danach anschließend einfach noch ein bisschen in der pädagogischen Abteilung mitgearbeitet. Hauptsächlich dann letztendlich Nachtdienste und er war während der Zeit Spieler hier in der zweiten Mannschaft in der Fußballschule. Und dann hat man sich halt so kennengelernt und später dann auch liebend gelernt. Okay, du bist nicht die klassische Spielerfrau, würde ich sagen. Du bist dafür dann Lehrerinnenmann. Das kommt auch noch dazu. Die Familiensituation, Fußballprofi, Lehrerin, vier Kinder. Ganz ehrlich, wie viele Stunden mehr hat euer Tag oder wie kriegt ihr das gewuppt? Letztendlich ist es wahrscheinlich eine gute Organisation, ein sehr getakteter Tagesablauf und brave Kinder, die da auch gut mitziehen. Aber ich glaube, wir können nicht jammern, wir bekommen das super hin. Wir haben hier in Freiburg natürlich auch nette Freunde, die uns immer wieder unterstützen. Aber ihr habt dann schon Schichtdienst? Der eine eher tagsüber, die andere vermute ich jetzt mal eher Nachtdienst. Also ich habe definitiv die Nachtschicht. Tagsüber, wir teilen uns das eigentlich auf. Ziemlich gleichberechtigt, das Aufteilen. Nur wenn ich darüber nachdenke oder wenn man von anderen Fußballprofis immer hört, ich muss fit sein, ich muss viel schlafen, darf nicht zu viel machen. Das erwarten ja 20.000, 25.000 Leute am Wochenende und erwarten, dass du auch kein Fehlpass spielst. Wie viel Sonderrolle geht in so einer Konstellation? Also die Momente habe ich schon auch, dass ich mal sage, ich muss jetzt mal kurz hinlegen oder vor allem halt auch nachts, dass ich sage, ich brauche meine Ruhe. Es gibt auch mal Nächte, da schlafe ich im Keller, dass ich dann auch fürs Spiel ausgeruht bin. Aber nichtsdestotrotz, bei vier Kindern packe ich auch mit an und es macht mir natürlich auch Spaß. Ich meine, mit den Kindern, gerade in dem Alter auch, kann man viel machen. Und ja, deswegen haben wir die Kinder gemacht, dass wir uns auch mit ihnen beschäftigen. Also vier und sechs Jahre alt dazu, Zwillinge im Alter von zwei Jahren, Hut ab, jede Eltern. Das ist Champions League. Das ist Champions League. Und kann Schiko alles? Kochen? Ja, ja, also ich muss sagen, Kochen ist so ein bisschen die allgemeine Schwäche in unserer Familie. Wir bestellen sehr gerne und sehr oft. Wir unterstützen hier die jeweiligen Gaststätten hier im Umkreis. Aber ansonsten kann er wirklich alles. Macht auch alles, vor allem was die Kinder betrifft. Wickeln, füttern, alles. Cool. Wir sind ja so ein bisschen im Corona-Style unterwegs, also Abstand. Sollen wir in dem Abstand mal auf die Tribüne wechseln? Also wir werden uns jetzt ganz Corona-konform natürlich hier hinsetzen. Ist ja klar. Ich denke, noch eins höher. Jawohl. Das stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor. Jetzt gab es ja dieses Hygienekonzept der Liga, was auf wackeligen Füßen stand am Anfang. Vier Kinder zu Hause. Wie geht man denn damit um? Ja, das war eine Herausforderung. Die ersten Wochen haben wir uns natürlich streng nach Regeln gehalten und haben auch versucht, Kontakt nach außen zu vermeiden. Das haben wir auch weitestgehend gut hingekriegt. Auch mit den Kindern? Ja, nach der Zeit ist natürlich den Kindern auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Der Kontakt zu den Freunden hat gefehlt und zu Nachbarkindern auch. Und dann sind wir da auch schon ein bisschen, ein bisschen nicht übertrieben, ein bisschen lockerer mit umgegangen. Und es gab dann wieder den Kontakt zu den Nachbarn. Ich wusste um die Verantwortung. Ich glaube, wäre ich positiv gewesen, hätte die ganze Mannschaft irgendwie angesteckt oder die halbe. Es wäre schon eine mittlere Katastrophe für uns gewesen. Und das wollte ich natürlich nicht der Verantwortliche dafür sein. Wir haben eben schon so ein bisschen aufgezählt, was alles zu eurem Leben gehört. Das ist ja schon mehr als eine Handvoll wichtiger Dinge. Ihr habt noch ein soziales Engagement momentan, was ihr intensiv betreibt, wie ich finde. Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Es gibt ganz viele Profis, die sich sozial engagieren, aber die suchen sich deutlich leichtere Themen aus. Wieso seid ihr genau da hängen geblieben, wo ihr gesagt habt, da muss was gemacht werden? Ja, wir haben die letzten Jahre immer wieder uns für soziale Projekte engagiert. Gerade auch halt Spenden. Und dann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir wollen was Langfristiges, was Regionales unterstützen. Und ja, aufgrund auch der Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten und auch, dass wir selber vier Kinder haben, die wohlbehütet aufwachsen. Wir dann gesehen haben, okay, da gibt es Kinder draußen, denen geht es nicht so gut. Die erleben schlimme Sachen. Das war uns dann ein Anliegen, dann in diese Richtung zu gehen und dieses Projekt zu unterstützen. Euer Engagement ist ja ein bisschen mehr als das. Was erlebt ihr da für Geschichten oder was werden euch für Geschichten erzählt, damit wir eine Vorstellung bekommen, worüber reden wir hier? Ja, also uns direkt erzählt so in dem Sinne jetzt kein Opfer eine Geschichte. Das ist ja auch sehr, sehr schambehaftet. Ich denke, die Opfer müssen es erst mal mit sich selbst ausmachen und suchen sich dann gegebenenfalls bei Wendepunkt Hilfe. Aber wir haben jetzt natürlich zum Teil über Wendepunkt, aber auch einfach, weil wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil es uns beschäftigt, weil wir schauen, was passiert in der Welt, was passiert in Deutschland, was passiert wo. Es ist uns einfach auch bewusst geworden, dass das eben ein Thema ist, mit dem sich nicht gerne auseinandergesetzt wird. Es ist sehr schambehaftet. Es ist auch einfach so ein Tabuthema. Nein, bei uns passiert es nicht. Wir haben mit sowas nichts zu tun. Und uns war es wichtig, uns fällt es leicht, darüber zu sprechen oder einfach darüber aufzuklären. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, versuchen wir das. Schauen wir, dass wir jetzt die regionale Bekanntheit, die er vor allem noch hat, jetzt im Moment als aktiver Spieler, dass wir die ausnutzen können. Und dass wir vielleicht so den ein oder anderen Heranwachsenden oder das ein oder andere Kind erreichen können, das sich vielleicht dann in diesem Zusammenhang meldet, was es davor vielleicht nicht getan hätte. Das ist so unser Wunschdenken. Aber du bist auch im Gerichtssaal zum Beispiel mit dabei gewesen, als es um einen Fußballtrainer aus Freiburg gab, der genau deshalb vor Gericht stand. Das geht ja über das normale Maß an Engagement hinaus. Ich möchte nicht einfach nur, dass wir so Floskeln raushauen und sagen, hey, hört zu, engagiert euch, gibt euer Geld gegen Gewalt an Kindern, gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Sondern wenn ich dann mein Statement dazu verfasse, dann möchte ich doch auch ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Und ich denke, man kann die einfach nur erlangen und wirklich da ganzheitlich informiert darüber sein, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und gerade dieser Gerichtsprozess in Freiburg hat auch wieder gezeigt, wie perfide da vorgegangen ist, über wie viele Jahre da eigentlich, wenn auch leichter sexueller Missbrauch, aber dennoch in einer Häufigkeit, in einer Vielzahl stattgefunden hat. Es hat niemand bemerkt, weder die Eltern noch der Verein, die Verantwortlichen im Verein, noch wahrscheinlich Familie und Freunde des Täters. Einfach niemand. Und das hat mir oder uns dann auch wieder die Augen geöffnet und gesagt, das Thema muss noch viel mehr thematisiert werden. Da muss man ran an die Sache. Man muss schauen, wo kann man da Strukturen und einfach Basics verbessern, um das zu verhindern. Vor allem auch, wie kann man heranwachsende Kinder, Jugendliche stärken, damit sie vielleicht auch von Anfang an sagen, hey, ist eine Botschaft, stopp, mich fasst man nicht an, wenn ich es nicht möchte. Du bist ja in der Freiburger Fußballschule groß geworden. Du bist mit 15 hier hingekommen, hast sozusagen auch die Jugend hier durchlebt. Dann kannst du das vielleicht sozusagen nochmal aus einem anderen Gesichtspunkt auch noch mit aufnehmen, wie schwierig das tatsächlich sein könnte, wenn es zu so einem Fall kommt. Was ist das für ein Komplex, Fußballschule, das Verhältnis Ausbilder oder Trainer und Kinder? Klar, das ist teilweise ein enges Verhältnis. Das ist natürlich dann auch schwierig für Kinder auch zu unterscheiden, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt. Bei uns zum Glück oder bei mir ist sowas nie passiert. Ich habe sowas auch nie mitgekriegt. Und ja, ich hoffe, dass wir eben auch mit dieser Aktion jetzt auch unterstützen können, dass es allgemein im ganzen Fußballbereich, Jugendbereich, aber auch in anderen Sportarten nicht mehr zu solchen Fällen kommt. Ich habe mich vorher gefragt, was kann ich meinem eigenen Kind auch mit an die Hand geben? Also, dass man alleine darüber spricht, dass man es eben nicht tabuisiert. Ja, das Schwierige ist im Eigentlichen, dass man natürlich die Kinder immer auf den bösen, unbekannten Mann vorbereitet. Dass man sagt, steig in kein Auto, geh mit niemand Fremdem mit, versuch Abstand zu wahren, wenn du jemanden nicht kennst, ruft gleich laut um Hilfe. Das funktioniert dann oft sehr gut. Die Kinder können das auch verstehen. Da gibt es ja auch ganz viel Bücher, kindgerechte Bücher dazu. Aber die meisten Fälle, weit über 50 Prozent, passieren eben nicht vom bösen, unbekannten Mann, sondern in der eigenen Familie oder im Sport, in der Kirche, im Kindergarten, in Schulen, Internaten. Da passiert halt die Mehrzahl an Fällen. Dann sind es ja immer Beziehungstaten. Über lange Zeit werden die Opfer dann oft von den Tätern manipuliert und die Herangehensweise ist oft sehr langsam und in kleinen Schritten, dass dann jegliche Grenzen für die Opfer irgendwann verschwimmen. Wie Chico schon gesagt hat, die wissen irgendwann gar nicht mehr, war das jetzt noch in Ordnung oder war das jetzt schon zu viel? Und man kann im Endeffekt die Kinder nur stark machen und das versuchen wir auch, indem man immer wieder sagt, hey, dein Körper, du musst nichts dir gefallen lassen, was du nicht willst. Das fängt schon mit Küssen an. Kommt irgendeine Tante, möchte das Kind küssen, das Kind möchte das nicht gleich sagen. Du darfst da schon mit drei Jahren hinstehen und sagen, stopp, ich möchte das nicht. Du bist der Chef von deinem Körper. Und das muss man natürlich bei Kindern, vor allem im Alter unserer Kinder, immer wieder, immer wieder thematisieren. Allerdings auch nicht zu viel. Man will den Kindern ja dann auch nicht die Leichtigkeit und das Gute, das Gute, der Gute Glauben, das Gute am Leben irgendwie vermiesen, aber doch immer wieder einfließen lassen und darauf hindeuten. Mehr kann man wahrscheinlich nicht tun. Verhindern lässt sich nicht. Die Täter, die gibt es. Die wird es, die hat es schon immer gegeben, die wird es auch immer geben. Da können wir nicht viel dran ändern, aber wir können die potenziellen Opfer vielleicht so stark machen, dass sie gar nicht erst Opfer werden. Du suchst ja, klingt hier ja auch schon deutlich raus, dir genau aus, was du wie sagst, wo du es präsentierst. Ich möchte nur den Aspekt Social Media kurz ansprechen. Man kennt so das klassische Vorgehen einer Freundin oder einer Frau, eines Fußballers, wenn der nicht genügend Einsatzzeit bekommt. Gibt es vielleicht mal einen Kommentar von einer Spielerfrau, du lachst schon. Hältst du dich da ganz raus? Ist es manchmal schwer, sich da in dem Thema zurückzuhalten, weil das gehört ja mittlerweile alles dazu? Wir haben unsere Kanäle. Meine sind gesperrt. Die sind nur für Freunde zugänglich. Ich poste auch immer mal wieder Familienbilder darauf. Darum war es mir erst recht wichtig, dass wirklich jeder, der mir da folgt, von mir genehmigt wurde. Und darum kann ich da jetzt überhaupt gar nicht diesen Kanal nutzen, um irgendwas loszuwerden, was ich gerne würde. Aber gerade auf deine Frage hin, also in seine Fußball-Sachen mische ich mich nicht ein. Ich glaube, wir können uns bis jetzt auch nicht über mangelnde Einsatzzeiten beschweren. Ja, das ist einfach sein, eine Sache. Wir reden zu Hause über seinen Tag, über meinen Tag, über Fußball. Aber ihm geht es ja auch gut. Ihm geht es einfach gut, denn Freiburg, er beschwert sich auch nicht. Das gäbe auch Ärger, sagst du. Mein Gott, du weißt ja selber, wie schnell so ein Post sozusagen rausgeschickt ist. Da könnte ja vorher mal die Frage gefehlt haben, ist das eigentlich in Ordnung, wenn ich das mache? Ja, aber das sind erstens nicht wir, dass wir Sachen über Social Media klären. Und deswegen, ja, das weiß ich auch, würde sie nie machen. Deswegen habe ich da auch keine Sorgen. Aber es wäre, das würde mich arg stören, ja. Glaube ich. Jetzt ist das natürlich ja auch ein Thema, was ganz weit weg ist von dieser Glamour-Welt-Fußball, wo plötzlich alles in Ordnung ist, große Stars, viele Fans, die dein Poster vielleicht an die Wand pinnen. Wie kommst du zurecht in dieser Welt? Ja gut, der Nils Pedersen hat immer ganz gern von der Blase geredet, das machen ja mehrere. Es ist schon ein Stück weit so, aber natürlich durch meinen Alltag zu Hause, durch meine Familie, in Anführungsstrichen, wäre ich immer sehr geerdet und bin da gar nicht in dieser Blase so drin, wie es vielleicht viele andere auch sind. Und deswegen bin ich Gott froh, dass es so ist, dass ich meine Frau und unsere Kinder habe und da in Anführungsstrichen ganz normales Leben außerhalb des Fußballs lebe. Übrigens, der Mann ist Fußballstar, ist Stammspieler beim Tabellenachten, war er am Schluss, mit Hoffnung auf Europa, unumstrittener Stammspieler, der Strippenzieher im Mittelfeld. Transferzeit übrigens gerade. Liest man ab und zu mal oder hat das Handy mal ein bisschen näher liegen? Oder liest man, was vielleicht der Verein verpflichtet im Mittelfeld? Ja, klar, ich gucke schon immer wieder, was passiert auf dem Transfermarkt, aber da ist er gerade noch relativ mau und deswegen, ja, ist gerade noch relativ ruhig, der Transfermarkt. Und das Handy, das eigene? Hat bis jetzt noch nicht geklingelt, aber ich gehe nicht von aus, dass was passiert diesen Sommer und ja, ich bin total glücklich hier in Freiburg und ich habe die Entscheidung schon frühzeitig gefällt, dass ich hier lang, lang spielen will. Und jetzt ist gleich der falsche Zeitpunkt, nochmal mein Zelt woanders aufzuschlagen. Okay, das nehmen wir nicht als Floskel auf, dieses Ich-bin-sehr-glücklich-in-Freiburg, was man oft hört von Spielern, bei dir glaube ich es direkt und glaube auch, dass du hier bleiben willst. Jens, du hast es auch gesagt in der Vorbereitung, Aue, einmal zwei Jahre und sonst immer Freiburg, weil es einfach hier perfekt war oder weil die Konstellation sich nicht anders ergeben hat? Äh, ja, also erst mal in der Jugend war ich, gab es nichts anderes, aber mit Freiburg war ich auch sehr glücklich, weil ich schon auch die Profis damals so ein bisschen mit Bayern, angehimmelt ist zu viel gesagt, aber verfolgt habe. Und als ich dann hier war und dann immer drüben im Stadion stand, als die Profis gespielt haben, es war schon so ein Traum gewesen. Es war so auch relativ weit weg für mich, ich habe nicht damit gerechnet wirklich, dass es dann in dem Maße klappt, bis jetzt geklappt hat. Und klar, wenn jetzt dann irgendwann die letzten Jahre ein großer Verein gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt, aber der große Verein, wo ich dann wirklich den großen Sprung hätte machen können, kam nicht. Und dann habe ich natürlich auch alles zu schätzen gewusst, was ich hier in Freiburg habe, an der Stadt, mit meiner Familie hier, mit dem Verein und deswegen ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Hast du als dienstältester SC-Profi Sonderrechte oder Sonderaufgaben? Nee, gut, Aufgaben ist halt klar, Verantwortung übernehmen, aber das hat nichts mit dienstältester Spieler zu tun, das ist einfach eine Art von Charakter oder auch von Position in der Mannschaft und das versuche ich natürlich, aber Sonderrollen, gesteht der Trainer nicht zwingend ins Spiel ein. Aber gerade dieses Verantwortung übernehmen, ich meine, das ist schnell gesagt, aber wie versuchst du das zu füllen? Also nimmst du dieses klassische Bild, du nimmst dir einen jungen Spieler mal zur Seite und sagst dem, wie er es besser machen kann oder wie versuchst du das auszuleben? Ja, ich glaube, die Zeiten haben sich auch so ein bisschen geändert, es ist nicht mehr so wie früher, dass es die krassen Hierarchien gibt und dass es die fünf Alten gibt und die haben das Sagen. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen gleichberechtigt jetzt, aber klar versuche ich auch mal jungen Spielern einen Tipp zu geben, aber ich glaube, die sind heutzutage auch so gut ausgebildet und die müssen teilweise eben auch ihre Erfahrungen machen, ihre Fehler machen, aber natürlich stehen wir dann schon auch da und unterstützen die auch. Aber dann geht es natürlich auch darum, am Spieltag auf dem Spielfeld Verantwortung zu übernehmen und dann versuchen, so gut es geht, die Mannschaft beisammen zu halten und für einen Erfolg zu kämpfen. Wie erlebst du und die Kinder die Spieltage? Ja, also unsere Kinder sind da natürlich total mit reingewachsen. Ich würde jetzt sagen, vor allem unser Sohn, unser Mittlerer, möchte natürlich wie Papa Fußballer werden. Für ihn gibt es nur Fußball, er geht täglich mit dem Fußballtrikot aus dem Haus und er und auch die große Schwester durften auch schon mit einlaufen. Das sind dann so Highlights auch für die Kinder. Ansonsten sind wir eigentlich, wenn Corona nicht über den Stadien herrscht, sind wir immer im Stadion, zumindest immer bei jedem Heimspiel im Trikot, die Kinder mit Fähnchen und Schal in der Hand. Also ja, das ist ja eigentlich für uns die einzige Möglichkeit, ein bisschen an diesem Leben daran teilzunehmen. Wir wohnen ziemlich nah am Stadion, wir holen ihn oft auch einfach vom Training ab. Das finden die Kinder dann auch total toll, wenn sie halt draußen warten können, dass der Papa rauskommt und vielleicht noch eine Runde mit ihm über den Platz flitzen dürfen. Aber sonst ist es ja so, dass die Mannschaft ja doch total abgeschottet ist und dass da dann auch Frauen oder überhaupt die Familie wenig dabei zu suchen hat und die Spieltage ermöglichen uns halt dann doch mal mitzugehen. Was hat er denn gemacht die ganze Woche? Fruchtetes Training. Fruchtetes Training. So wild. Nein, Spaß. Aber ja, zu hoffen, dass er danach gute Laune hat nach dem Spiel. Dürfen die Kinder einen anderen Lieblingsspieler außer dem Papa haben? Ja, dürfen sie. Also mein Sohn hat tatsächlich viele aus der Mannschaft. Jetzt erst vor kurzem musste der Papa die Nummer 19 hinten aufs Trikot aufkleben. Da wollte er dann auf einmal der Yannick Haberer sein. Er trägt aber auch ganz gern den Amir Praschi hinten drauf. Klar, im Tor sind sie immer alle abwechselnd, der Flecki und der Schwolli. Aber wir bleiben schon bei Freiburg und darf ab und zu das Bayern-Trikot anziehen. Hat er auch eins. Der Onkel ist ein großer Bayern-Fan, der hat ihm eins gekauft, deswegen bin ich da relativ entspannt. Unsere Kinder und unsere Söhne vor allem haben 15 Trikots im Schrank hängen von allen Mannschaften aus den Top-Ligen. Und da bin ich relativ entspannt. Solang es nicht der VfB ist. Ne, da ist dann auch so, wo ich dann sage, wir müssen nicht zu weit gehen. Also es geht vieles, aber nicht alles. Absolut. Was darf die Karriere denn noch bringen? Also ich meine, jetzt gibt es irgendwann mal einen Wechsel ins neue Stadion beim SC. Der Vertrag wurde vorzeitig verlängert. Laufzeit wird ja irgendwie nie bekannt gegeben. Was gibt es denn noch für Gelüste? Ja, ich glaube jetzt, die vergangene Saison haben wir relativ erfolgreich gespielt, aber sind an den internationalen Plätzen so ein bisschen vorbeigeschrammt, ganz knapp. Und ich glaube, das wäre schon nochmal ein Highlight, dass wir hier als kleines SC Freiburg in der Bundesliga, wo alle Mannschaften noch mehr investieren und noch mehr Investoren haben, dass wir da zeigen, dass wir richtig was drauf haben, dass es nicht immer dieses ganz große Geld sein muss, sondern dass es auch über harte Arbeit, über Zusammenhalt, über Charakter auf dem Platz erfolgreich sein kann und auch international spielen kann. Das wäre schon nochmal so ein bisschen ein Wunsch, sag ich mal, mit Freiburg noch international zu spielen. Dann vor allem auch im neuen Stadion dann. Caro, ich frage dich. Nach der Fußballerkarriere, wie darf es dann weitergehen mit dem Mann? Familie habt ihr genug? Genug. Also da gibt es schon genügend Arbeitsfläche. Oder noch eine Sportlerkarriere obendrauf, Trainer, Manager. Also man kann nie genug Familie haben. Dann habt ihr schon viel. Entschuldigung. Also da haben wir noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wer weiß, vielleicht. Ist das dann das Projekt? Ich trainiere dann die Familie irgendwann. Nein, also ich weiß, dass sein Wunsch ja prinzipiell ist, dass er auch nach der Fußballkarriere einfach dem Fußball treu bleiben kann. Das würde ich mir tatsächlich auch für ihn wünschen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er da viel Freude in einer anderen Tätigkeit findet. Ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn sich vielleicht hier in der Fußballschule vom SC Freiburg oder auch drüben irgendeine Tür für ihn öffnet und er dann damit einfach auch bis zum Lebensende eigentlich dem Fußball treu bleiben kann. Aber bevor wir da so richtig drüber nachdenken, hoffen wir eigentlich noch auf fünf Jahre. Ja, mindestens. Mindestens. Im Optimalfall. Im Optimalfall. Oder noch mehr dann. Haben wir nichts gegen? Im zentralen Mittelfeld ist es ein sportliches Ziel. Ja, ne. Heutzutage ist es ja, kannst du nicht vorhersagen, wie lang es geht. Ich habe jetzt noch einen Vertrag bis. Bis irgendwann? Genau. Und den möchte ich erfüllen und am liebsten dann auch noch mal verlängern. Aber mir ist bewusst, dass es heutzutage schwierig wird, bis 40 zu spielen. Und deswegen bin ich realist genug und möchte jetzt die nächsten paar Jahre auf jeden einfach noch Gas geben und dann schauen wir weiter. Wir machen noch mal eine kurze Express-Fragerunde, habe ich mir gerade so spontan überlegt. Lieblings-Metspieler? Auf dem Platz oder so in der Kabine? Beides. Ich will für Kabine. Nils. Nils Petersen. Platz? Ja, das ist schwierig. Äh… Also ich glaube, wenn wir doch so ein blindes Verständnis haben und eigentlich alle Spiele zusammen bestritten haben, ist der Günni, Christian Günther. Obwohl wir nicht direkt nebeneinander spielen, aber ich weiß, wie ich ihn einsetzen kann. Der Günni weiß, dass ich weiß, wie er rennt und so. Deswegen, das harmoniert ganz gut eigentlich. Deswegen würde ich Günni sagen. Ekeligster Gegenspieler? Also nicht von der Zweikampfherde, sondern einfach von der fußballerischen Qualität, Thiago. Das war schon… Hoffentlich wird er verkauft. Ja, das ist so. Ich glaube, für die Bundesliga wäre es ganz cool, wenn er bleibt. Es ist ja nicht so, dass Bayern dann der nächste Jugendspieler hochzieht. Sie werden dann auch wieder einen guten Spieler dafür holen. Deswegen, ich fände es schön, wenn er bleibt, weil es doch auch Inspiration für mich selber ist und glaube ich für alle anderen, wenn man sieht, dass solche Top-Spieler in der Bundesliga sind. Lieblingsspiel, das du je gespielt hast? Oh. Das ist das Bundesliga-Tor gegen Bayern? Ja, klar, das war das Tor. Aber Lieblingsspiel würde ich eher sagen, wo ich wirklich gut gespielt habe. Da habe ich gar nicht gut gespielt. Deswegen kann ich dir so spontan gar nicht sagen. Da muss ich mich nächstes Mal früher drauf vorbereiten. Sehr gut. Gibt es ein Lieblingsspiel, eine Lieblingspartie, die man verfolgt hat auf der Tribüne, wo wirklich das Herz bis zum Hals geschlagen hat? Ich weiß nur, dass unser Sohn ständig sagt, Alexa, spiele das Spiel, SC Freiburg gegen Leipzig. Und er jubelt dann jeden Tag aufs Neue, wenn Alexa sagt und oder beziehungsweise der Sprecher, der Kommentatorin Alexa, Torschütze Nikolaus Höfler. Das ist eigentlich auch das einzige Spiel, was ich jetzt so im Kopf habe. Mir ist jetzt eins eingefallen in der zweiten Liga gegen Leipzig zu Hause. Da war dieses Schneespiel. Das ist schon im Kopf geblieben. Nils eingewechselt, Tor im Schnee. War das nicht so? Ne, Flo Niederlechner hat das Tor gemacht. Ah, Niederlechner, natürlich. Nils hat es, glaube ich, vorbereitet. Und das hat auch brutal Anklang auch so in der Stadt gefunden. Das war Wahnsinn, wie das ankam, das Spiel. Das ist einem selber gar nicht so bewusst gewesen. Und zum Nachhinein muss ich schon sagen, das war ein Highlight auf jeden Fall. Gibt es Freundschaften im Profifußball? Ja, wahrscheinlich in Freiburg auch noch ein bisschen leichter zu halten auch. Weil jetzt zumindest in Freiburg zum Beispiel, wir sind sehr viel mit Nils Petersen unterwegs. Seine Freundin kommt hier aus der Gegend. Die wollen sich hier ja auch langfristig niederlassen. Darum, da kann man sehr gut einfach die Freundschaft führen und auch halten. Alexander Schwollow kennt man einfach schon ewig. Der war ja auch hier in der Fußballschule, sowohl ich als auch er kennt ihn ewig. Hat auch seine Lebensgefährtin hier aus Freiburg. Also ja, wir haben Freunde im Fußball. Aber wir haben auch tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Freundschaften außerhalb vom Fußball. Was dann eben auch wieder dazu führt, wie er vorhin gesagt hat, dass es einen einfach erdet, wenn wir dann mit dem Fahrrad an die Dreisam fahren und da einfach auf dem Boden sitzen und die Kinder da in der Dreisam spielen, so wie es halt alle anderen Kinder auch machen. Das hat dann so gar nichts mit Fußballprofi zu tun, sondern wir sind halt einfach so wie alle Ökos in Freiburg unterwegs. Es sind nicht alles in Ökos. Kann der Papa gut verlieren? Nein, nein. Also er kann allgemein nicht gut verlieren. Ich finde, die Kinder haben ihn sehr runterfahren lassen. Das kann man wirklich sagen. Durch die Kinder steigert er sich nicht mehr in viele Sachen so rein. Früher, ganz am Anfang, der kam zum Teil vom Training nach Hause und hat sich geärgert, dass er verloren hat. Wo ich schon dachte, wie kann man sich immer wieder ärgern, wenn man im Trainingsspiel verliert. Und durch die Kinder ist das viel, viel weniger geworden, weil er einfach auch heimkommt und dann gleich andere Themen um sich hat und abschaltet, bis er dann am nächsten Tag wieder aus dem Haus geht. Allerdings Spiele, würde ich sagen, da braucht er doch immer noch mindestens eine Nacht, wenn nicht sogar zwei, um drüber wegzukommen. Lässt du die Kinder mal gewinnen? Ja, doch. Aber nur, weil sie noch schlechter umgehen können mit Niederlagen teilweise. Vorbei die frühzeitige Ärger daheim. Sehr gut. Herzlichen Dank, Caro und Chico. Wir müssen zum Ende kommen, denn Caro hat heute noch was vor. Die Schule ruft. Die Schule ruft, ja. Und da waren ja noch vier Kinder irgendwann, ne? Stimmt, richtig. Also der Tag ist komplett voll. Herzlichen Dank für eure Zeit. Danke auch. Und schön, dass ihr euch so engagiert. Finde ich klasse. Und viel Erfolg weiter mit dem Projekt und natürlich auch fußballerisch. Vielen Dank. Danke schön. Steil, der SWR Fußball Podcast. Hier könnt ihr ihn abonnieren und hier könnt ihr Nils Petersen sehen.